Hey Leute, ich bin euer Zanni, ich bin euer Alexi vom Team Games Club und wenn ihr auf der Suche nach guten Videos seid, seid ihr hier definitiv verkehrt. Wir zocken heute Minecraft, Adventure Map und dazu gehen wir auf Multiplayer und auf Adventure Map. So, hab ich mal. Anmelden, Anmelden. So, oha, Leute, wo bist du? Wo bist du? Hey Leute, bei mir bist du im Boden. Ja, warte, irgendwas ist hier schiefgegangen. Slash tp x ii x zanni x ii x x ii x lexi x ii x so. Du steckst, du steckst da unten drin. Ja, irgendwas war da, egal. So, ich lese mal wieder vor. Also, hier sehen wir unser, unser Scheißzeug hier, das lese ich mal eben vor. Welcome to Jump Dream Version 1.4. So, this is my first Minecraft Map, so I hope you'll enjoy it. So, du kannst weiterlesen. I hope you'll enjoy it. Storyboard, Storyline, scheiße mit drauf. I use lots of Redstone and Comment Block in this Map. So, das hättest du noch vorlesen müssen. Rules. The first rule, don't break blocks. Zweitens, you may break Item Frames. Lol. Warte kurz, Item Frames sind die Dinger hier, ne? Also, die, die, na, wo das Buch da drin hängt. Der Bilderrahmen, sowas halt. Ähm, TP to Friends is allowed. Da haben wir ja unsere eigene Regel, ne? Ähm, Place Levers on Black Rule. Ähm, when you get milk, drink it. Use Include Texture Pack, das ist das hier. Da sind so ein paar Blöcke anders. Äh, oh Gott, bei mir ist ein Bug, so. Block, äh, Block Must Be Green, ja, ist bei mir. Der ist grün, bei mir auch. Oh, Start. Ja, weil... Oh Gott! Ich habe drauf gedrückt. Oh mein Gott! Oh, jetzt ist meine Fire Animation da schon wieder. Warte mal, Video Settings, Animations, all on. So. Und ich seh dich nicht. Ich dich schon. So. Jetzt sicht dich aus. Was steht hier? Was ist, was ist, äh, Schilds hier vorlesen? Ja. You feel you're getting tried. You get... Tiled. Was? Ja, ist mir doch egal. Ich werd müde. Du musst hochgehen, um zu schlafen, so. Lol, Babucis. Ne Küche. Renn erstmal, erstmal überall gegenrennen. So, warte kurz, was steht hier? Your room, your sons. Du bist mein Sohn, du gehst da rein. Halt weg da, das ist meine Truhe. Da sind meine, meine geheimen Sachen drin, du weißt schon was, so. Nein, okay, darf ich schwul sind, du darfst neben mir pennen, also ich pennen da. So. Ähm. Startmap, gucken wir mal hier drauf. Äh, ich will auch noch Rüstung haben, warte mal, und danach geh ich mal da drauf. Ich bin der Schwarze. Lois, hab ich schon drauf gedrückt. Oh, nein. So, wir müssen zugeben, wir kennen das hier alles schon, und... Oh, oder ich? Go down, ich go down. Tschüss. Ich hab dich lieb. Ja. Nein. So, musst dich porten, ne? Achso, ja, so. Slash, oh mein Gott. Slash, ep. Ähm. X, ii, x, lex, i, x, i, x. Äh, x, ii, nein, scheiße. Oh mein. Nein! ii, x. Dann, nü. x, ii, x. Oh mein Gott. Ich drück auf diesen Knopf. Oh, jetzt hab ich einen... Aber ein, 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 ein... Ich muss alle Knöpfe... What the fuck? Lois, hier kann man die Zeit verändern, ne? Mit dem Knopf, lois. Egal. Ähm, hier sind überall so eine Köpfe, das heißt, die Leute sind alle schon mal gestorben. Wenn wir uns nicht anstrengen, werden wir genauso enden. Maybe. So. Oh. Warum hab ich jetzt... Alter, ich hab krass die Nex, ey, was ist das denn? Jetzt hab ich das Licht ausgeschaltet. What the fuck, was geht hier ab? Hallo, wir können nach oben backen. Okay, ähm. Keep clam and eat gall golden apples. Oh mein Gott, was ist das denn? Ja, lol. Das ist bei dir flüssig? So. Bei mir nicht. Read this. So, yeah. Hier so... Ach, mir doch egal. Disconnect einfach und komm nochmal neu rauf. Ja, warte. Hör mal auf, mich zu schlagen. Hab dich einmal geschlagen. Work in the hoppers to start challenge. Ja, da müssen wir jetzt erst auf den... Neuverbindungen trennen. Hier. Oh. So, jetzt. Mehr Spieler da. Ich soll mal beitreten. Bei mir leckt das immer noch tierisch. Was ist das denn? Hast du denn schon eine Grafik runtergesetzt? Ja, hab ich. Oh, die Scheiße. Alter, du bockst bei mir aber auch ganz schön rum. Tüt. 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 Lauf mal, du nur mal. Tüt. Lauf ganz normal. Alter, ohne Spaß. Tüt. 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 Oh, warte. Ich mach das Team zu. Jetzt hab ich das Team zugemacht. Jetzt verbinde ich nochmal die... Jetzt trenne ich nochmal die Verbindung. Mehr Spieler. Venture Map. Ich soll mal beitreten. Oh, das ist voll lol. Tüt. 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 Oh, das ist Spaß. Hey, starte mal Minecraft neu. Also, wir versuchen uns mal kurz... ... hier in den Griff zu bekommen. Wir machen mal kurz Aufnahmestopp. So. Fertig. Ja, wir... Hi. Wir melden uns jetzt gerade wieder zurück. Und, äh... Ja, Lexi hat's leider nicht hinbekommen. Aber wir gehen jetzt einfach mal in die erste Challenge rein. Und gucken dann mal, was passiert. Und, äh... Kann ich mich mal zu dir teleportieren? Du stehst direkt neben mir. Oh. Und, äh... Und, äh... Ja, ich bin jetzt eben meine erste Challenge gegangen. Und Lexi ist gar nicht mitgekommen. Sehe ich gerade. Ja, nee, ich will mich... Ich teleportier mich dann zu dir. Ja, teleportier mich mal... Teleportier dich mal zu mir. Ähm... TP... X-I-I-X... Lexi... X-I-I-X... U... X-I-I-X... Dany... X-I-I-X... Neu, es läuft wieder flüssig. Ja, sag ich ja. Aber das ist die falsche Challenge. Ey, was? Das ist die... Das ist die erste Challenge. Du, wir sind jetzt bei Rainbow, ne? Ja, das ist die falsche Challenge, das ist die erste. Echt nicht? Nein. Ja, wir kommen nicht mehr zurück, ne? Ja, dann machen wir jetzt halt die Challenge scheiß drauf. Ja, okay. Okay. Nimmst du überhaupt schon auf? Ja, nee, nee, ich tu nur so, ich tu nur so. Neu, ich bin nicht gestorben. Ja, ich auch nicht. Slash kill. Ja, warte, ich mach... Wo werden wir denn dann gespawnt? Ja, das ist die gute Frage, wusst du dir jetzt da sehen. Wo wurdest du gespawnt? Na, wo wohl? Am Anfang? Ja. Drück überall... Wo denn? Am Leggy-Raum. Ja, dann ist gut, weil... Wenn du jetzt am Anfang gespawnt wärst, dann wär's ja... Wo bist du denn gespawnt? Auch im Leggy-Raum. Aber was denn die erste Challenge? Da drüben... Ja, die hier. Äh, die heißt wie... Timing, die Timing. Okay. Was? Ich kann da irgendwie nicht hin. Was? Was ist das für? Hä? Lol. TP-Bag. Lol. Hä? Timing, da können wir nicht hin. Also ist Rainbow doch die erste Challenge. Dann mach halt, Rainbow. Ist scheiß drauf. Genau. Aber ich frag mich, warum wir da nicht am Anfang gespawnt werden. Rainbow. So. Bist du drin? Ja. Warte, ich komm zu mir. Hä, ja, lol. Nein, wieso knall ich da mal runter? Dann teleportier dich doch zu mir. Mach ich auch. So. Warte, du... Oh, lol. Lol. Komm hoch. Ja, warte. Das ist eine Anfänger-Map. Warte. Ich bin unten. Das ist eine Anfänger-Map und wir versagen hier. Doppelst du ihn durch. Zack, zack, zack. Oh, Alter. So was gibt's doch jetzt nicht. Das Problem ist, ich zock das hier auf so ein Mini-Bild. Weißt du? Lol, jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Ja, portet dich zu mir. Ich zock das hier quasi auf so ein Mini-Bild. Also... Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Ähm... Ne, ich hab meine Minecraft klein gemacht, weil sonst kann ich es ja nicht in HD aufnehmen. Also, sonst kann ich es nicht in, äh... Sonst nehme ich das immer so quadratisch auf. Du weißt, was ich meine. Und... Deshalb zock ich es jetzt auf so ein Mini-Bild. Damit komme ich gar nicht klar. Seportier mich mal kurz zu dir. So. Alter, ohne Spaß... Nein! Das ist doch scheiße! Nein! Boah, ey, ich bin echt zu blöd zum Scheißen! So, warte, ich spring mal da runter ins Schwimmbad. Ja, lol. Und jetzt? Hast du gestorben? Hey, ja... Ne, warte, aber ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Hier, lol! Alter, wenn du da unten... Du... 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 Du musst mal... Jetzt spring mal! LoL! What the fuck? What the fuck? Ich bin wieder runtergefallen! Das ist... Ja! Geil! LoL, ich schaff das nicht! Du... Du musst... Du musst... Du musst die Leertasse gedrückt halten. Nein, 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 nein! Achso, ja, logisch. So. Na. Ist so geil! Du, 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 du... LoL! Nein! Ja, schaff das nicht! Nein, LoL! Ich bin gestorben. Guck mir her! LoL! Oh, wollt ihr mich denn verarschen? Ja, bitte. Bist du schon da? Ja. Ich seh dich nicht. Nein! Du bist so blöd dafür. Nein! Ich schaff es! Ich schaff es! Ja! Nein! Ich bin genau durchgesprungen! Ja! Nein! Ich dachte, ich konnte mich... Ich bin ganz genau durchgesprungen! Ist das LoL? Ah, das Groschen, ne? Ah, richtig, Alter! So! Und Jump! Ja! Und der Lexi ist weg! Was? Ich bin nicht weg! Achso! Oh! Du warst nur so still, so... Komm rüber! Oh! Warte, ich mach... Oh, jetzt hört mich so ein Wichs an! Oh, hier haben wir Boote! Ich nehm mir mal ein Boot! Soll es irgendwie nicht Schrift heißen? Ne! Also, falls du goldene Äpfel brauchst, frag mich! Ich hab die hier im Übermaß, ne? Ich werf dir mal welche zu! Dein Arsch! Was feierst du jetzt? Ey! Was spuckst du da? Ja, goldene Äpfel! Ich brauch die nicht mehr! Ein Boot! Komm, wir fahren jetzt hier Wasserbahn, ja? Wuhu! What the fuck! Oh! Boot ist kaputt, oder? Ne, doch nicht! Du, 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 du... Okay, L-Shift zum Verlassen! Wuhuuu! 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 Oh, ne! Ich bin gegen... gegen... Dingsbums gefahren! Heya, Leute, wie sollen wir hier... Heya! Achso, hier kommen wir wieder so ein bisschen... Ahja, hier sind wieder so eine Jump-Tränke quasi drin! Wuhuuu! 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 Bloß man springt nicht so doll! Ich liebe das! Ja, also das mit dem... mit den Comment-Blocks und so ist echt nice! So! Doing, 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 doing! Au! Ist aber ein relativ... Ist aber ein relativ... ist aber ein relativ unförmiger Regenbogen, oder? Ja, guck schon, ne? Los! Habe ich zu schlagen! Ey, nein! Hier kommen so ne Blöcke raus! Warte mal kurz! Achso! Ey, Pickfell! Ja, genau! Jetzt musst du... Nein, du musst zurück! Guck mal, pass auf! Geh mal weg! Ich zeig dir das mal kurz! Erst machst du so, ne? Achso! Ich muss dann auf den blauen da! Danach! Genau! Auf den blauen! Achso! Warte! Geh mal weg! Ja, warte, warte, warte! Ich weiß grad nicht! Ich hab Orientierungsschwierigkeiten! Achso! Nein! Verdammt! Nein! Das ist doch scheiße! Nein! Alter, lass mich das mal machen! Geh mal, hau mal ab! Warte, 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 warte! Wenn du es geschafft hast, komm ich hinterher! Hm! Warte! Loll! Achja! Nein! Oder, oder, oder wir machen das mal anders! Äh, du drückst drauf und ich springe quasi schon los! Ich weiß nicht, ob das das bringt dann! Warte mal! Ja, ich schaff das immer! Aber ich fall den immer wieder hinten runter! Achso! Ja, ja, ja! Ich hab's! Echt? Motherfucker! Jo! Oh, das ist jetzt schwer! Zeig! Warte! Warte! Total schwer! Warte! Bleib da erstmal! Bleib da erstmal! Bevor du irgendwo runterknallst! Warte! Ich versuch mal! Ähm! Das ist easy going! Da kommt jetzt gleich ein Block raus und dann muss sie wieder hoch! Ah! Warte! Warte! Lass mich mal! Wieso gehst du mal vor? Ich... Ah! Warte! Drück drauf! Loll! Hä? Drück drauf! Ja, genau! Drück nochmal drauf! So! Hast du das gemacht? Nein! Nein! So! Warte! Pff! Nein! 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 Babucis! Okay! Warte! 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 Alter! Wieso kommt einer nicht hoch? Hahaha! Warte! 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 Geh mal weg! Ich hab das jetzt! Loll! Hä?! Wieso fall ich denn da jetzt wieder runter? Hau du mal kurz... Hau du mal kurz ab und warte mal unten! Ach nee! Das bringt ja auch nicht! Dann müssen wir den ganzen Weg wieder nach oben! Falls... Falls ich verkacke! Was ja auch sehr wahrscheinlich ist! Ja! Genau! Ja! Ja! So! Warte! 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 Wir müssen drücken und dann direkt springen! Warte! Warte! Ähm! So! So jetzt! Loll! Ne! Ist mir runtergefallen! So! Schau mal rüber! Warte! Ich probier mal! Ja! Ja! Ich kann den Button irgendwie nicht drücken! Das nervt voll! Ach doch! Scheiße! Warte! Jetzt bin ich! Loll! 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 Ich mach! Hä? Wieso kann ich den Button eigentlich... Loll! 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 Ich hab ne Idee! Nein! Ich weiß wie man's macht! Ich weiß wie man's macht! Ok! Schieß los! Pass auf! Du gehst hier! Hier hinten auf die Leiter! Ruckst den Knopf, springst da rauf, auf den Sprint, und jetzt wär ich eigentlich fast drauf gewesen! Ah! Warte! Lass mich mal! Ah fuck! Du musst auf den Knopf und dann auf die Leiter! Ja! So! Und dann drückst du den Knopf und musst dann halt ein Sprint Jump auf den blauen hier machen! ach so ja ja mach du weil ich mache bin ich jetzt ich habe die orientierung verloren okay okay ist mich drüben gehe ich hier hin jetzt musst du es versuchen ja warte ich warte bis du es geschafft hast ja warte ich ich bin zu weit gesprungen ja ich bringe wieder runter bist du gestorben ja warte ich hab mal kurz mein ganzes zeug los runter ja jetzt schreibt mich so ein wichser an okay so okay es geschafft ja ja okay das dürfte jetzt nicht weiter schwer sein ich habe unseren ich habe diesen key diesen schlüssel werden du lässt ihn jetzt fallen so zurückteleportiert wird wie wo auch scheiß wir den key reinwerfen weil ich war ich hatte einen fehler so jetzt haben wir es geschafft aha jetzt macht dieses gehen wir in dieses desert rein also das dann ja das machen wir in der nächsten folge weil unsere fight schon um ist aber wir sehen uns in der nächsten folge dort machen wir dann die map der so ne jo ok bis dann tschau